Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier immer noch in diesem Dungeon hier. Ich weiß jetzt nicht, ob wir überhaupt alles gefunden haben. Alle Briefe und so, die wir brauchen. Ist aber auch kompliziert. Ich muss auch irgendwie mal hier schauen. Ich habe gerade eine Energie getrunken gehabt mit Kohlensäure. Deswegen muss ich gerade ein bisschen aufschroßen. Tut mir leid dafür. Und da müssen wir jetzt mal schauen. Ob wir hier noch mehr finden. Beziehungsweise ich muss erst mal schauen, wo... Hier waren wir noch gar nicht hochgegangen. Sehe ich gerade. Vielleicht gibt es hier noch einen Brief. Was haben wir hier? Uh, noch mehr Sachen. Nice. Okay. Da geht es aber dann runter ins Wasser. Aber... Ich glaube, hier gibt es auch nicht wirklich was. Ich gucke mal, vielleicht ist hier unten irgendwo noch ein Geheimgang oder so. Von dem wir noch nichts gewusst haben. Irgendwo. Kann doch sein. Hier waren wir aber auch noch nicht runter. Hier waren wir aber auch noch nicht runtergegangen. Dann lassen wir nochmal zurück durch die Tür. Kann ja sein, dass da vielleicht auch noch was ist. Hier in diesem Loch. Unten. Autsch. 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 So, den haben wir gut erledigt. Jetzt müssen wir aber ganz kurz hier mal resten. Weil hier ging ja einiges ordentlich runter. aber es ist ein komplett neuer bereich wo wir noch nicht waren kommen wir gehen mal zuerst hier rein dann gucken wir mal was wir finden okay hier wurde irgendwer oder irgendwas geopfert moment hier geht es ja hoch aber wo genau geht es hier hoch okay in diesem bereich aber ich erkenne da jetzt auch keinen geheimgang wo sind dann gehen wir mal hier ein bisschen weiter da hinten gab es ja noch mehr türen irgendwo was so ich kann das so bin ich bleibe lieber nicht runter ich kann mit gegenlaufen das ding auch noch betätigen alles klar okay hier gibt es auch nichts aber hier bestimmt eine geheimtür irgendwo ja hier gegenüber okay ich habe schon ein bisschen mehr erwartet aber der nisselt halt so aber sonst geheimtüren gibt es da nicht ne anscheinend nicht okay dann gehen wir jetzt mal wieder hoch so dann ist die frage gab es hier noch mehr wo man runter fallen konnte wo irgendwie was gab es irgendwie so einen geheimen gang oder so schrecklich die kartensteuerung aber ich habe auch so das gefühl wir haben eigentlich schon alles entdeckt hier vielleicht haben wir sogar alles vielleicht können wir auch wieder zurück zu ob die wir gehen aber zurück ja ich glaube wir haben alles an sondern gehen wir hier noch mal hin so so ist nacht geworden dann wollen wir mal nach Daggerfall so und gehen zu Opki ja so was sagt denn die Uhr jetzt 7.10 Uhr das ist so gut 7.10 Uhr das okay dieses Hafen-Dings äh also Hafer mit der R irritiert mich ein kleines bisschen so weil ja danke so weil ich kenne das gar nicht ist es ist aber auch ein leicht störend finde ich aber naja ja ich würde gerne dass diese Hafen-Musik äh äh lieber weg wäre wirklich vielleicht muss ich ein kleines bisschen leiser machen ich weiß jetzt nicht wie das für euch ist äh ob man mich vernünftig hört oder so keine Ahnung gerade auf jeden Fall sehe ich hier bei OBS dass äh meine Audio-Spur höher ist als Steve Baum äh Spiel mittlerweile so dann wieder yes und das war hier Opki so wie sehr so das ist nicht was ich die Letters zu contain poor Miniseera alle der der seiner äh 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 Schildern, how dreadful the battery of the innocents. We know of the barbarism of the Orcs, but surely they did not deserve that. Hardly surprising that Minisera did not want it known that her father was responsible for such a grotesque enterprise. Well, I thank you, Max, for your valor and your discretion. Please accept this small token of my esteem, not as a payment, but as a gift. Maycunard bless thee. Ja, und das nehmen wir gerne an. Dann können wir jetzt langsam wieder verkaufen. Die Quest haben wir jetzt erledigt, oder? I met Lady Brienne in a tavern room. She told me that the three major parts of the Iliad are... Also, Daggerfall, Warris and Sentinel. Ja, also, ich glaube, wir müssen die anderen auch nochmal machen. Was war denn das hier? Ah, das ist die ganz, ganz aktive Hauptquest, also, das alles übertrifft hier. Und das ist das andere halt. So, noch Warris und Sentinel. So. Aber dann können wir... Alter, dieses... Dieses Arfenmusik... Die ist schlimm. So, aber dann würde ich gerne mal wieder ein paar Sachen verkaufen. Und nochmal ein paar Quests für die dunkle Bruderschaft machen. Wir haben ja unseren Wagen auch mal wieder voll. Wir können aber auch mal wieder hier auch los. Kann ich auch. So, wo? Achso, wir sind schon dran vorbei. Hier waren, genau, hier waren die Geschäfte. Und kaputt. Also, erstmal hier, Läuter. Sagen wir vier Stunden, müsste reichen, ne? Jo. Äh, ne, da hinten. Hat er auch wieder was Neues. Goldene Rüstung hat er nicht. Schade. Aber wir können... Hier die ganzen Sachen und aus dem Wagen auch laufen. Aber reichen werden wir hier definitiv jetzt mit diesen ganzen Quests. Das, äh... Das feiere ich mittlerweile. Wie... Seitdem wir eigentlich den Wagen haben, werden wir schnell reichen. Äh, so. 7000. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir stelle, ist, äh, gibt es bei den anderen, äh, Ausrüstungshändlern, sage ich jetzt mal, auch andere Gegenstände oder immer nur das gleiche bei jedem? So. Hier gibt es ja auch immer ein bisschen Waffen und Klamotten und sowas. Also, was gibt es hier? Ja, dann gehen wir mal wieder zum nächsten. Hier können wir ja auch mal was verkaufen. So. Alles weg. Wir haben wieder 10.000 auf Tasche. Da können wir auch noch bestimmt, vielleicht, äh, ein Twemer-Schild holen. Ich möchte gerne wissen, ob der sowas hat. Warum haben die keinen, den hier, Twemer-Schild von Wehmann? Na, egal. Wir haben noch 50 Kilo im Wagen. Was haben wir dafür? Was haben wir noch im Wagen? Ah, den ganzen Schmuck. Diese, und Potion-Recipes. Okay, wo haben wir den Schmuckladen, den nächsten? Vintage-Smith, Bargain-Bookstore. Der Gefolgs-Best-Equipment. Vielleicht gehen wir auch mal in den Buchladen. Äh, da hinten. Den können wir bestimmt auch noch was verkaufen. So, komm. Nee, den können wir nichts verkaufen. Nicht mal die Rezepte. Ähm. Vielleicht hier. Poundbrokers. Da, vielleicht irgendwie können wir was verkaufen. So hoffe ich. Müsste langsam hier irgendwo sein. Da hinter. Frag mich auch, warum sind eigentlich die Läden immer hier so hinter versteckt. Ah, der Ding. Oh Gott, dem können wir aber. Die Dinger hier verkaufen. Nice. Für das bisschen hier fast 30.000 Gold. Okay, wir kriegen aber 8.000. Wir haben noch 20 Kilo im Wagen. Was ist denn das? Was hat er eigentlich so? Das hat er eigentlich nur so Schmuck. Und einen hellen. Plus 3. Okay. Was hat er hier? Ja. Komm, wir gehen wieder. Was haben wir noch im Wagen. Gift Rezepte. Wo kann man Gift Rezepte? Achso, wir haben noch Gold im Wagen. Achso, wir haben noch Gold im Wagen. Jetzt sind sie nur noch 3 Kilo. Okay, aber... Wo verkaufen wir die Rezepte und Tränke? Ich gehe in die falsche Richtung. Ich muss jetzt nur noch Geld einzahlen. Ich muss jetzt noch zur Bank Geld einzahlen. Und ich würde aber wirklich gerne wissen, wo ich die Rezepte und Tränke verkaufen kann. Oder kann ich die nur gebrauchen, sage ich jetzt mal. So, Banking. Deposit. 2,5. 0,23. Einfach mal fast 100.000 Gold haben auf der Tasche. Also auf dem Konto. Ich finde es schade, dass dieses System mit den Banken nicht mehr in Skyrim da ist. Das finde ich wirklich schade. So, aber wir gehen jetzt wieder zur dunklen Bruderschaft. Wir haben ja jetzt aktuell keine große Quest jetzt offen, die wir sofort machen müssen. Und können dann ein bisschen in der dunklen Bruderschaft, die da unten ist, unseren Rang vielleicht ein bisschen aufsteigern. Ein paar Quests machen. So ein bisschen Geld verdienen. So blieblieblieb. Und dann mal schauen, was wir da dann für einen Rang kriegen können. Da ist es. Ich bin vorbeigelaufen. So. Dann rein da. Ähm. Können wir bei dem schon irgendwas machen? Make Potions? You are not so sufficient ranked to use my services. Okay, wir haben noch keinen hohen Rang. Warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Wenn wir jetzt... Ne? Wir sind hier. Wenn wir... Spiel gespeichert haben und jetzt hier das alles mitnehmen. Wir werden nicht angegriffen. Keiner greift uns an. Na, den kann ich auch noch nicht. Wir nehmen das erstmal nur mit. Die hübsche wieder da. Training. Den können wir ja noch machen. Das weiß ich. Ähm. Genau. It's always good to meet another member of the dark ravel hood. Okay, dann... Warte, da war auch noch was. Da können wir nicht nehmen. Hier oben vielleicht. Was ist denn das? Bei Soul Gems. Nehmen wir das auch mal mit. Potion Reciple. Haben wir wieder. Äh... Spy Master. I'm afraid I can only help persons of a certain rank. Okay. Können wir auch noch nichts. So, das nehmen wir auch mal mit. Okay, mehr gibt's hier nicht. Die Tür... Kennen wir schon. Ah doch, hier gibt's ja noch was. Wir haben einfach mal die dunkle Bruderschaft beraubt. Ja. Äh... Wo geht's hier noch mal? Zum Questgeber? Hier, da ist der Questgeber. So, geht's quest. Kennen wir schon. Disagreable competition. The Dark Bravot has been the sole assassin's guide in Time Real since the second era. We intend to keep that monopoly. There is a freelance assassin who has been flaunting us for some time. But Karolyria Wixley's luck has ended. I want you to teach her a permanent lesson and then repeat the lesson for her foolish employer. Yes. Good. Now then we know that the assassin, Karolyria Wixley, has passed her query to a dungeon called Castle Hawking. If you have not found any clues to the employer's whereabouts, return here. I would, of course, prefer for you to account Karolyria Wixley and her employer-buff. But I'd be reasonably satisfied with merely the freelancer's death. Take no longer than 25 days for buff-accounting. Okay. Wir haben neue Quest. Aber wir werden den ganzen Krams, was wir jetzt auf Tasche haben, auch mal wieder verkaufen. Dann unten haben wir ja noch einen Laden, den wir irgendwie nie besucht haben. Irgendwo. Das hier. Ah, hier. Ein Schmuckladen. So. Dem können wir bestimmt die Sachen verkaufen. Oder doch nicht. Was können wir denn hier holen? Okay. Nichts. Auch nichts. Und auch nichts. Schade. Das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Daggerfall Mail. Da, Pornbrokers. Genau. Da wollten wir hin. Nordwesten. So. Wo haben wir den Pornbroker jetzt nochmal? Hier vorne müsste er sein, ne? Bei dieser Stapel. Hier. Genau. Dem können wir das alles verkaufen. So. Aus dem Wagen haben wir jetzt auch nichts. Aber egal. Haben wir nochmal Ordnung, die Geld bekommen. Dann können wir jetzt gehen. Und schauen wir mal an, wo muss ich jetzt genau hin dafür. Äh. Where is your completing contract in Castle Hogwing? If I can find any clues about Grand Leroy Wixly's Employer, I am to account him or her also. Also. Aber Castle Hogwing. Müssen wir hin. Und dann reisen wir mal dahin. Und wir machen hier auch nochmal ein Save Game auf die 4. Okay. Das ist diesmal ein richtiges Schloss. Oder Burg. So. Wo ist nur der Eingang? Ich würde gerne wissen, wo ich hier reinkomme. Ah. Hier. Die Frage ist, werden wir hier auch attackiert von außen oder erst sobald wir die Türen da betreten. Ich würde hier aber auch gerne mal ein bisschen mehr gucken. Es ist schon eigentlich interessant aufgebaut, muss ich sagen. Und eine andere Frage, die ich mir stelle, ist, jede Tür vielleicht ein anderer Eingang in den Dungeon? Gibt es mehrere vielleicht? Oder gibt es, äh, egal welche Tür man nimmt, kommt man nur an einem raus? Okay, wir kommen hier. Uh. Direkt. Gold. Nice. Autsch. Aber naja, der Volt ist nicht anders. Jetzt können wir hier nochmal ein Save Game machen auf die 2. Und hier nochmal, äh, 1.306 waren das. Packen wir hier drauf. So. Das können wir removen. Hier können wir auch noch removen. Komm, wir gehen erstmal runter. Okay. Was ist denn das? Was? Äh. Ähm. Was? Nein. Schnell weg. Okay. Wir haben neun Gegnertypen, den wir nicht bekämpfen können. Da brauchen wir jetzt mal bessere Waffen. Und da müssen wir mal schauen, wo wir die herholen. gegen den Gegner. Das war jetzt echt hart, fand ich. Aber gut, dass wir das überlebt haben, ohne draufzugehen. vielleicht machen wir hier auch nochmal ein Save Game, weil wir soweit jetzt überstanden haben. Gegen den meine ich hier, also nicht gegen den hier. Okay, einen Ritter haben wir gekillt. Nice. Wir dürfen... Wir dürfen... Boah. Der hat mich jetzt erschrocken. Noch ein Ritter. So, wir dürfen nochmal zurück an diesem einen Viecht vorbei. Ich muss mich vielleicht mal schlau machen, wo ich... bessere Waffen aus Mitrilo, oder so vielleicht kriegen könnte. Aber wir müssen hier lang. Oder? Ja, wir müssen hier lang. An dem einen Viech hier vorbei. Lieber. Okay, der ist noch nicht hinter uns her. So, wir müssen das alles mal removeen. Und das alles auch noch. ganz schnell. So, und hier nochmal ein Save Game machen. Weil der wird uns gleich definitiv wahrscheinlich töten. Alter, was ist denn das? Ist das ein Gargoyle? Ist das ein Daedra? Was ist das? Ich weiß es gerade nicht. Was ist denn das? Achso, die Viecher kennen wir ja noch. So, die Frage ist, können wir uns hier verstecken und kurz resten? Ich bin ein Gegner in der Nähe. Irgendwo höre ich Gegner. Okay, das hier führt nur im Kreis. Ohne Geheimgang oder sonstiges. Gehen wir mal dahin weiter. Aber wir müssen auch langsam irgendwie irgendwo resten. Vielleicht hier? Ja, hier wird es funktionieren. Okay, gegen den habe ich kein Problem zu kämpfen. Hier vielleicht nochmal resten. So, das hat funktioniert. Also, Save Game. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt erstmal weiter? Hier haben wir drei Möglichkeiten. Okay. Ich höre hier auf jeden Fall Wasser. Also, es gibt hier einen Unterwasserabstand auch. Boah. Erschreck mich nicht. Scheiße. Scheißspinne. Alter, was ist das denn für ein Labyrinth? Ich dachte, der feurige wäre schlimmer. Hier geht es ja auch noch weiter. Wir bleiben aber erstmal in dem Abschnitt. So, den haben wir erledigt. Immerhin. So, die Frage ist, was finden wir hier unten? Das Wasser. So, wann kommt hier diese Nympfe, glaube ich, war denn das? Oder die Plachterfisch. Oh, jetzt wiege ich noch mehr. Jetzt stecke ich hier gerade fest. Ähm, Hilfe. Okay, wir gehen hier wieder raus. Okay. So, nächster Weg wäre auf dieser Ebene eigentlich da lang. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Aua. Autsch. Ach, nö. Wir haben kein Savegame gemacht gerade. Toll. Das war unser letztes Savegame. Das hier. Ach, nö. Scheiße. Ja, egal. Wir gehen jetzt erst mit dem Weg. Und schauen, wo das uns hinführt. Ein Burgler. Nice. Ach, wir sind hier wieder. You have slain, Garrel Little Wixley. The robot will be pleased. Nice. Die haben wir erledigt. Und... So, okay. Äh, use. After slain, dann ist der Huffield. Go to a privateer's hold in the wilderness of Daggerfall for your reward. Okay. Da, Savegame 3. Wir wissen, wo der andere sein soll. Ich hätte jetzt aber auch nicht erwartet, dass die sich hinter einer Geheimtür versteckt. So, wo kommen wir hier jetzt an? Ne, Harpio haben wir jetzt auch wieder getötet. Und... Ich würde hier schon gern alles sehen und bluten. Wo sind wir jetzt wieder im neuen Gebiet? Wir sind hier wirklich wieder in einem neuen Gebiet. Einfach mal... Ich würde sagen, wir machen wieder ein Savegame auf die zwei. Man weiß ja nie, vielleicht werden wir nochmal draufgehen wegen so einem Skorpion. Das uns paralysiert. Okay. Der... Also dieser Weg hat uns nur im Kreis geführt. Das ist ja auch im Grunde alles hier nur im Kreis. So, wo sind wir jetzt genau? Also beziehungsweise welcher Weg fehlt uns hier noch? Der hier und der hier. Wir müssen aber gleich nochmal einen Ausgang suchen. Ach ne. Langsam hasse ich die Skorpione. Wir hatten gerade aber noch zum Glück Geschweiger gehabt. Und... Und zwar genau. Wir wollten ja hier erstmal hoch. Autsch. So, diesmal haben wir den. Und dann suchen wir nochmal den... Ausgang, wo der auch immer war. Hier oben war der. Das heißt, um zum Ausgang zu kommen... Gehen wir erstmal hier gerade raus. So, oben angekommen. Müssen wir irgendwie diesen Weg finden. Oder da hinten weg. Ich hoffe, dass der Weg da... Hier... uns nach oben führt. Ja. Führt auf jeden Fall ein bisschen weiter. Und... Und... Ah. Okay. Wir haben Ausgang wieder gefunden. Einmal alles... So, damit die Taschen ein bisschen leerer sind. So, und die Dinger. Und Gold können wir auch einmal... 1.625 einlagern. So, dann können wir hier den Weg wieder ganz normal gehen. Wie gerade eben. So, die Frage ist jetzt... Was fehlt uns noch eigentlich? Der Bereich auf jeden Fall. Durch diese Tür. Dachs Federmaus... Kann ich hier resten? Ich habe das Gefühl, den kompletten Weg da unten waren wir schon. Haben alles schon gemacht. Jetzt ist die Frage, hier waren ja noch Stellen, wo wir noch gar nicht waren. Los, wo? Da unten. Wir müssen irgendwie wieder da runterkommen. Okay, wenn wir hier runtergehen, dann kommen wir da. Achso, der ist tot. So, dann hier geradeaus. Ist schon sehr kompliziert, die Map-Steuerung hier. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und da, da ging es noch hoch. Okay, wir bleiben hier geradeaus. Nein! Mittlerweile, ich hasse die Skorpione. Komm! Das muss doch irgendwie... Komm! Geht mir wirklich gerade auf den Sack mit dem Skorpion. So. Was hatten wir gesagt gehabt? Genau, hier runter. Beziehungsweise hier hoch und dann hier runter. Durch diese Tür. So. Hier einmal resten. Save-Game. Und dann hier einfach weiter runter. Äh, genau. Ne, hier noch nicht. Hier. Und... Und... Save-Game. Weil wir gleich definitiv wieder wegen dem Skorpion drauf gehen. Boah, wir haben es geschafft. Skorpion ist down. Nice. Puh. Das war jetzt aber... Das war jetzt eine Geburt mit dem Skorpion, finde ich. So, dann haben wir das hier wieder. Ah, wir sind wieder hier... Okay, wir sind im Kreis gelaufen. Schon wieder. Na, wir gehen da lang. Zuerst hier. Ist das ein... Hoppla. Falsche Taste. Ah, das ist ein Gebiet, wo wir schon waren. Okay. Hier, ich höre noch ein Skorpion. Boah. Okay, wo ist eine Tür abgegangen? Hier sind wir wieder unter Wasser erstmal. Nice. Nice. So. Ähm. Ah. Okay. Wir können tauchen und so weiter. Alles klar. Habe ich nicht gecheckt gehabt, dass wir das selber aufdrücken können. Ausruhen können. Ich habe jetzt einfach mal mit C ausprobiert. C ist ja für Bücken. So, dann noch hier. Ach. Ach. Ich binne. Okay, wo gehen die Türen auf? Wo sind hier noch irgendwelche Monster? Einer ist hier auf jeden Fall irgendwo, den wir auch nicht töten können. Bestimmt sucht er auf uns. Ich glaube, wir haben im Grunde hier schon alles. Wir haben hier alles, glaube ich. Zumindest sehe ich jetzt nichts, wo wir noch hin müssen. Gehen wir mal wieder hoch. Vielleicht nochmal ein Save Game. Für den Fall sollte dieser eine, den wir nicht bekämpfen können, uns entgegenlaufen. So. Genau, dann müssten wir hier jetzt diesen Weg entlang. So, einfach geradeaus und dann müsste hier der Ausgang sein. Der eine müsste da unten immer sein, aber wir gehen hier jetzt mal raus. Und schauen uns mal. Also, Carol Lira Wixley ist ihr eigener Angestellter? Also, Carol Lira Wixley ist ihr eigener Angestellter? Warte, äh, Privatiers Hold. Da müssen wir hin. Ähm. Ja, genau. Privatiers Hold. Wir machen aber hier auch nochmal ein Save Game. Ne, warte. Wir reisen erstmal nach Privatiers Hold. äh, Privatiers Hold. Ganz da oben, okay. Dann reisen wir mal da hin. Ah, da. Hier ist der Eingang. Okay. Oh, direkt. Komm. Äh. Das habe ich jetzt nicht gedrückt. Ah, Privatiers Hold. Das war doch, äh. Das war doch unser Start Dungeon oder nicht? Aber egal, wir kümmern uns hier um in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, 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 ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020